ha hallo da ist wer genau du da der du jetzt vorm bildschirm sitzt herzlich willkommen zu diesem kleinen ankündigungs video für meinen urlaub ja es ist bald soweit und deshalb möchte ich euch oder dir oder wem auch immer der da jetzt vor dem bildschirm hockt kleine hinweise geben so alle stichmäßig wo es eben geht ihr könnt mitraten und könnt vielleicht auch was gewinnen wenn ich zurück bin dass ich mir vielleicht eine kleinigkeit mitbringe das weiß ich aber noch nicht das muss ich erst mal gucken ob das dann noch erschwinglich ist für meine wenigkeit auf jeden fall ich fahre weg und der erste hinweis in einer langen kette von hinweisen die ihr jetzt kriegt ist folgender ich fahre zu einem event am ersten vierten diesen jahres und zwar irgendwohin ich bleibe vom 31.3 bis zum 2.4 und ihr könnt jetzt mal googeln was denn an schönen events die mich vielleicht betreffen könnten in frage kämen viel spaß das war es eigentlich schon heute ganz kurz und bis zum nächsten mal ratet mit schreibt sie die kommentare wenn ihr eine ahnung habt oder denkt was ihr wissen oder wenn ihr denkt zu wissen was mein urlaubsziel ist und wie gesagt der erste der das die richtige antwort schreibt denke ich wahrscheinlich auch irgendwie ein kleines uni von mir mal sehen aber wahrscheinlich bringt mir irgendwas mit oder ihr oder es was auch immer was ihr so seid weiß ich nicht gut das soll es erstmal gewesen sein wir sehen uns beim nächsten video beim nächsten ankündigungen oder in den let's plays bis dahin macht es gut